Wie heißt denn die Steigerung von Titanic? Sag ich nicht. Die Woche war krass, Robbe. Wir müssen jeden Podcast verkaufen, als wäre es die beste Woche der Welt gewesen. Es ist ja auch die beste Woche der Welt. Es ist nämlich die Woche, die wir als letztes durchlebt haben. Das ist der aktuellste. Genau, wir müssen immer im Moment leben und das ist sehr, sehr geil. Und wenn dieser Moment vorbei ist, dieser große Moment von sieben Tagen, dann müssen wir den auch gebührend feiern, indem wir den rückblickend einordnen und bewerten. Das ist die aktuellste Woche aller Zeiten, muss man sagen. Das stimmt, so aktuell werden wir lange nicht mehr sein. Ja, na gut. Aber was ist denn hier los? Da sind ja Leute, die ihre Ohrmuschi hier an den Empfangsbolzen ranhalten. Könnt ihr nicht mal klopfen oder klingeln? Das ist wirklich unanständig. Wir sind noch nackt auf der Couch. War noch gar nicht so weit. Nee, warte, ich hab hier... So, jetzt bin ich ja bestens vorbereitet, so wie Tino auch. Der hat nämlich, wie gesagt, nur die Mainstream-News hier von Lightmedien. Aber ich hab's notiert nach Sachen, die viral gegangen sind, hab auch ein paar Kommentare eingefangen. Also es ist jetzt nicht ganz nur Mainstreamig. Und ich ordne es ja auch kritisch ein. Ich bin ja jetzt keine ZDF-Hure, sondern ich guck mir da an, was die berichten, dann lache ich zur AfD, was die sagen und dann stelle ich mir meine eigene Meinung. Okay. Wo sind denn die Oscars bei deiner Aufzählung da? Die sind für mich nicht relevant. Ach Tino. Aber ich weiß, was passiert ist. Nur das Internet brannte. Aber ich hab's zum Teil gesehen. Außerdem, hallo, eine Deutsche, oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Deutsche oder Österreich ist. Wie heißt die gerade denn? Anja Hüller oder so? Susanne Hüller? Ist mir scheißegal. Von hier Soul of Interest oder was? Ja. Ein Film, den ich empfehle, ohne ihn gesehen zu haben bisher. Aber ich will ins Kino gehen. Sandra Hüller. Deutsche Theaterschauspielerin steht da direkt. Eine Kollegin. Uiuiui. Ja, und das ist dann für dich nicht relevant. Ja, ganz... Ist die jetzt, warte mal kurz. Ja, eine Deutsche. So, das ist eine Deutsche. Das war eine große Ironie bei mir immer, wenn ich... Ich hab ja selber versucht, als Schauspieler zu arbeiten. Ich hab's auch ein bisschen gemacht. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt riesige Rollen in großen Produktionen hatte. Aber immer, wenn ich gefragt worden bin von irgendwelchen Leuten, wer ist dein Lieblingsschauspieler und was ist denn deine Lieblingsmethode und so, wie machst du das? Hatte ich immer keine Ahnung, weil ich einfach als Kind schon gespielt habe. Hab's einfach gemerkt. Weil ich kenn mich mit Oscars nicht aus, mit Schauspielenden nicht aus, mit Filmen nicht aus. Ein bisschen im Theaterbereich, weil ich da Nerd war als Jugendlicher. Aber sonst bin ich echt ein Unwissender von meinem Fach gewesen. Ich möchte nochmal kurz herausstellen, wie besonders Tino ist. Der hat sogar als Kind schon gespielt. Ja, also geschauspielt. Wobei mein erstes Casting war richtig erfolglos. Ich weiß noch, dass ich bei irgendwie... Mein Freund heißt Leguan oder so vorgesprochen habe. Da war ich so acht Jahre oder so. Und da hat wohl die Casting-Frau gesagt, ja, ihr Sohn spielt ganz gut, aber der Dialekt, das können wir jetzt nicht machen und so. Weil ich ja noch sehr geöstelt hab zu dem Zeitpunkt. Hat dann angefangen, mich zu... Zu falconisieren. Zu hochdeutschisieren. Na gut. Na gut. Na gut, Falco kann ich nicht so gut. Ich bin kein guter Wiener Sprecher. Na gut. Aber da hab ich angefangen, mich mehr bewusst auszudrücken. Wie dem auch seid ihr. Wir haben ganz vergessen, bevor wir ja schon in die Oscars und die Themen quer einsteigen, zu sagen Aloha. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Robert Steinhäuser und Tino Ranacher. Folgt euch doch mal auf Instagram. Der ist ganz toll. Folgt mir nicht auf Instagram, da wird wahrscheinlich nichts mehr gepostet. Echt nicht? Bist du gesperrt? Ne, Robert Steinhäuser ist tot. Ach so. Das wusste ich nicht. Mir war ich echt... Vor ein paar Tagen war ich ganz kurz davor, Instagram zu löschen, mein Account. Ganz kurz davor. Warum? Weil ich war unzufrieden. Ich bin irgendwie damit unzufrieden, dass ich da so viel rumhänge. Ich habe jetzt Facebook gerade gelöscht, von meinem Handy zumindest. Der Call ist noch da. Aber ich dachte, wozu machst du diesen ganzen Scheiß eigentlich? Ich habe doch Spaß mit meinem Podcast und mit anderen Projekten. Ich muss doch nicht noch das alles posten. Aber es macht Spaß. Ich war echt ganz kurz davor, zu sagen, ey, ich ziehe mich da jetzt mal raus und weiß ja nicht. Also ich muss sagen, gut, du hast halt dein Facebook, obwohl da wahrscheinlich auch relevante Leute theoretisch weg sind. Aber Instagram ist halt schon so die am ehesten Seite, wo Leute vernetzt sind, finde ich. Also wo die meisten Leute, die ich kenne, einfach sind. Und deswegen finde ich das fernab von selber posten oder so auch einfach ganz nett. Weil das gibt es sonst nicht. Also Facebook-Bashing in allen Ehren. Aber dass du eine Plattform hast, wo du jederzeit jeden erreichen kannst, der für dich irgendwie relevant ist, ist ja eigentlich gut. Und Facebook ist das halt nicht mehr, weil einfach die Leute viel zu inaktiv sind, weil die Plattform halt einfach richtig ranzig ist. Und vor allem bei mir im Browser auch ultra langsam. Keine Ahnung, ob das am Computer liegt, aber keine Website ist bei mir so langsam wie Facebook. Aber früher waren echt alle bei Facebook. Das war das SchülerVZ, früher, wo du geguckt hast, wer ist neu auf der Schule. Wer ist dir denn schon angemeldet bei uns und so. Und dann Facebook, wenn du mal den kennengelernt hast. Also mir ging es zumindest so. Erstmal war ich bei Facebook geschaut. Was ist das für eine Person? Weil dann die Geburtstag und so. Das ist ja jetzt weggebrochen, weil die ganzen Generationen nach uns alle Instagram und TikTok sind, wo du sie aber nicht mehr finden kannst, weil die heißen dann ja irgendwie Pussy Destroyer 3001 und so. Ja, ich finde auch, TikTok ist nicht so ganz diese Idee. Da geht es schon um Content Creation und nicht so unbedingt um Vernetzen, soweit ich das einordnen kann. Würde ich genauso sagen, ja. Es gibt halt wirklich, du hast ja viele Leute, die du kennst, aber wo du jetzt auch nicht speziell die Telefonnummer zum Beispiel hast, dass du die dann bei Telegram oder WhatsApp oder so hast. Und dann ist so ein Instagram, ja, man kennt sich über drei Ecken oder so. Aber Facebook hat ja eigentlich alles gehabt, mit Gruppen. Ja. Und man gucken konnte irgendwie jetzt, wie in meinem Fall, zum Beispiel irgendwie die Partei Leipzig. Wenn ich wusste, ich bin jetzt in Leipzig unterwegs, dann gehe ich in die Gruppe rein und schreibe mir, ey, hier, ich bin zu Besuch, ich habe Bock, was zu machen oder so. Oder vegan in Nordhausen, als ich da mal gelebt habe und so. Und dann hast du halt Veranstaltungen gehabt und dann hast geguckt, was geht in Weimar heute, konntest zusagen, absagen, eigene Veranstaltungen erstellen, bewerben und so weiter. Du konntest nach realen Namen suchen. Das war schon, eigentlich hat Facebook alles gehabt. Ich weiß nicht, woran es lag, dass es dann so abwärts ging. Klar, Instagram kam dann dazu, aber wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht das gleiche wie Facebook. Also es war jetzt keine Alternative dazu, sondern einfach was Neues, wo es viel mehr um Bild-Content ging und so und die auch Storys und so hatten. Aber es hat nichts mehr diesen Vernetzungsfaktor. Und das finde ich halt so schade, dass es verloren geht. Das stimmt. Ich kann dir auf jeden Fall einen kleinen Tipp geben. Wir gucken mal, wenn wir jetzt hier mal drauf drücken. Wenn du Instagram nimmst und das zum Beispiel hier rüberschiebst, dann wirst du viel bewusster da drauf gehen. Du hast nämlich Instagram auf deiner Startseite. Ich habe es fast geahnt. Und habe jetzt Instagram auf die Nebenseite rüber geschoben, sodass du einen Swipe nach drüben machen musst. Und dann wirst du viel bewusster. Das ist ja Medienkompetenz, die du dir ja antrainieren kannst. Das ist richtig. Bitte folgt alle Tino auf Instagram, um ihn gleichzeitig zu motivieren, aber auch gleichzeitig ihm das Leben schwer zu machen, damit er wirklich mit Disziplin seine Internet- und Handynutzung angeht. Ich brauche keine Motivation, also wir sind die Follower ja wurscht. Aber auch spannend. Voll trotzdem rein. Was hast du bei dem Handy auf der Startseite? Das ist ja auch eine gute Frage. Bei mir ist es zum Beispiel WhatsApp, Telegram, Deutsche Bahn Navigator und Spotify. Also Deutsche Bahn, das ist ja grauenhaft, dass du das da auf der Startseite haben musst. Ich bin ein Vielreiser. Aber ich habe Telegram, ich habe Reddit, ich habe YouTube und Instagram. Instagram habe ich nicht mehr. WhatsApp habe ich zum Beispiel da nicht. Und die Google-Suche und Wetter-Uhrzeiten und natürlich so Kamera und so. Ja, das sind natürlich die Classics. Ich habe hier irgendwie so einen Games-Opner, aber der musste aus Versehen hingerutscht sein. Ich habe nicht ein Spiel drauf auf meinen Telefonen. Nee, ich habe hier schon also Magic. Data Wing hatte ich mir mal runtergeladen. Doch nicht so geil, kann ich direkt mal löschen. Wie dem auch sei, kleiner Tipp an euch alle. Wenn ihr merkt, ihr nutzt eine App mehr, als ihr es eigentlich wollt. Man kennt ja dieses im Autopilot, ich mache das mal. Dann einfach rüberschieben und dann wirst du direkt merken, ah okay, da war was. Muss ich jetzt auf Instagram, war ich da halt schon zehnmal drauf. Deswegen ist, ich weiß es ja manchmal. Ich denke manchmal so, ich muss mein Handy jetzt nicht rausholen, wenn ich in der Bushaltestelle bin. Naja, aber da, finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen. Nee, aber eigentlich will ich das ja nicht. Eigentlich will ich mir Gedanken machen und überlegen und so grübeln und so. Wenn du das lieber willst, okay, dann völlig fein. Aber ich mache es dann nicht. Aber also, weil ja viele sagen so, ja, bei jeder Gelegenheit holst du das Handy raus. Wenn ich da halt an der Bushaltestelle sitze und nichts Besseres zu tun habe, dann spricht da doch gar nichts dagegen. Zu Hause bin ich auch wenig bei Instagram. Das ist dann eher so, wenn wir gerade, weiß ich nicht, wenn wir ein YouTube-Video gucken, es ist gerade 20 Sekunden Werbung, gehe ich bei Instagram kurz rein, wer da so Storys macht. Wir planen übrigens, wenn wir im Urlaub sind, Mio und ich, die Handys im Hotel zu lassen, quasi. Und nur so ein Notfallhandy dabei zu haben, falls irgendwas ist. So ein Rentner-Telefon mit so fetten Tasten. Ja, mal gucken, wie wir es machen wollen. Ich habe ja noch ein paar andere Handys zu Hause und da überlegen wir es einfach so zu machen, dass wir uns halt, wenn wir uns verlieren sollten, dass wir uns kontaktieren können, dass ihr da ein Handy nochmal habt. Ach, also ihr lasst eure Handys zu Hause und nehmt aber beide ein Handy mit. Ja, also zwei andere quasi. Ja, wo wahrscheinlich nichts Relevantes drauf ist oder so. Genau, wir überlegen das noch, weil es ist, damit wir diesen Urlaub einsaugen und die Stadt einsaugen und so und nicht nur, ob wir am Handy sind, überlegen wir noch. Ja, also das sind Ansätze. Ich muss sagen, ich habe ja zum Beispiel in Japan vergleichsweise viel das Handy benutzt, weil ich ja gefilmt habe und habe nicht den Eindruck, als hätte ich da irgendwie wenig aufgesaugt. Aber ist ja auch dein Job so ein bisschen. Natürlich, natürlich. Aber ich hatte nicht nachher das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, dadurch, dass ich das Handy benutzt habe, weil ich ja auch durch das Filmen mich aktiv mit allem auseinandergesetzt habe. Und zum Beispiel, ich hätte ja, wenn ich ohne Handy rumgelaufen bin und ohne die Mission, hätte ich viel weniger die Umgebung nach einem Gag oder so durchsucht, weißt du. Und so war ich eigentlich wachsamer, als ich es normalerweise gewesen wäre, wahrscheinlich. Und ich fand, das hat es, wenn dann, noch bereichert als, deswegen, ich will das nur nicht so pauschalisieren. Ja, aber du hast ja Content produziert, warst ja aktiv am Film, aber mir geht es ja darum in dieses Passive, dass man sich irgendwie auf eine Bank setzt und Instagram macht und so, während man gerade in Tokio ist und hängst auf Instagram rum, was du auch zu Hause machen kannst oder im Flugzeug oder so. Ja, im Flugzeug eher ungünstig. Bitte Flugmodus einschalten. Aber ja, wie dem auch sei, Leute, die Themen diese Woche sind mannigfaltig gewesen. Wir fangen nochmal an mit den Oscars, denn Sandra Hüller war ja natürlich nicht für Zone of Interest nur am Start, sondern auch Anatomie eines Falls. Und ich glaube, da kam das her, dass ich sie für österreichisch gehalten habe, weil dieser Film ist, glaube ich, österreichisch. Wir schauen mal kurz nach. Thriller, Krimi, ich habe ihn halt noch nicht gesehen, aber der wird auch sehr gelobt von der Kritik. Ach, das ist jetzt auch relevant, aber ich glaube... Von David Heine und Wolfgang. Ein französischer Spielfilm. Okay, Hals, Maul. Ja. Also nicht ganz österreichisch. Nicht ganz. Le film Belehrer. Nee, also für mich sind die Oscars einfach nicht relevant. Also ich finde es halt spannend, wer das auftritt und wer es am Ende bekommt. Aber eigentlich denke ich mir so, das ist für mich kein Qualitätsmerkmal, wer dann irgendwie einen Oscar abräumt. Und es gab ja die große Diskussion um Oppenheimer und Barbie immer wieder, wer wird am meisten abräumen. Und da gab es auch schon so die Predictions, dass dieser sehr männliche Film Oppenheimer ja dem feministischen Film Barbie die Oscars wegstarten wird. Und so kam es auch ein bisschen. Aber trotzdem hat wohl Barbie irgendwie einen Oscar bekommen. für den Song, glaube ich. Genau, Billy Eilish hat ihn bekommen für den Soundtrack, ne? Ja. Aber also das ist ja schon wieder so ein, so ein Geschwaller. Da muss ich direkt reinkitschen. Also zu sagen nur, dass der eine Film irgendwie eine männliche Perspektive ist und der andere eine weibliche. Und deswegen ist das unfair, dass der männliche gewinnt. Das sind zwei komplett unterschiedliche Filme. Ja, man ist ja mal wieder, also mal wieder ein Einzelfall von vielen, dass man wieder ein Film, der sehr männlich geprägt ist und wo Frauen wieder schön, was auch belegt ist, Frauen historisch weggelassen worden sind, dass der wieder hier abräumt und der Film aber das hat nichts mit den Männern zu tun, Tino. Das hat einfach was damit zu tun, dass der vielleicht objektiv der bessere Film ist. Das kann kein Zufall sein. Es ist wie diese Diskussion um, dass Frauen in Berufe gehen, die weniger bezahlt werden. Nein, vielleicht wird da einfach beruflich weniger bezahlt, wo Frauen verstärkt sind. Da muss ich mich vehement dagegen stellen. Das ist wirklich... Nee, glaube ich nicht. Du kannst doch nicht ein Film mit einem anderen vergleichen, nur weil die am gleichen Jahr rausgekommen sind oder sonst was. Also Barbie in allen Ehren, das ist ja auch kein schlechter Film und Barbie ist vor allem der höchste, der most, wie sagt man, der hat am meisten ein Spielergebnis erzielt im ganzen Jahr. So, da kannst du jetzt erstmal nichts sagen, weil der feministische Frauenfilm hat am meisten Geld verdient. Ja, das ist doch toll. Das ist doch toll. Ja. So, aber dann jetzt irgendwie zu sagen, ja, weil da es eine Frau ist, kriegt die keinen Oscar, das ist ja ganz großes Geschwarr. Da guckt ihr irgendwie diese ganzen, wie heißen die, Meryl Streep und so, die irgendwie 30 Oscars haben. Naja, klar, weil es ja auch eine weibliche Kategorie extra gibt, aber da, wo es halt nicht, wo es ja keine Geschlechteraufteilung gibt, von weiblichem, männlichem Film, sondern einfach nur der beste Film, da räumen schon die Filme mit Weißen und mit Männern schon am meisten ab. Das ist schon statistisch belegt. Ja, aber vielleicht machen Weißen einfach bessere Filme. Nee. Nein, aber es ist wirklich, ich wollte es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, schon ein bisschen aus Spaß, aber also das ist wirklich der Vergleich, der hinkt. Vor allem gibt es, also jetzt mal Barbie nochmal in allen Ehren, aber bevor Barbie den Oscar für besten Film kriegt, gibt es noch andere, viel bessere Filme als jetzt Oppenheimer, der gewonnen hat. Ja sowieso. Die vorher in Frage kämen, für mich jetzt, Poor Things zum Beispiel ist auch ein sehr feministischer Film, auch wenn Emma Stone die ganze Zeit nackt zu sehen ist und Leute sagen, oh mein Gott, wie kann sie nur sich da so objektifizieren, das ist ja auch schon wieder Geschwaller, das ist ein sehr emanzipierender, ein sehr, wie sagt man, empowering. Ja, weil Nacktheit ist ja nicht gleich Objektifizierung und nicht gleich sexuell, das kann ja auch einfach nur eine Verletzlichkeit zeigen. Ja, wie dem auch sei, ich bin jetzt auch nicht der Oppenheimer Fan, aber Barbie ist halt, also alleine der Gedanke, dass ein Film, also Oppenheimer hat jetzt glaube ich sieben Oscars oder so gekriegt, aber Barbie alleine, dass da ein Film, der irgendwie ein fucking Produktfilm ist. Das erste Mal irrelevant. Nee, finde ich nicht, ich finde das, also der Gedanke, da dreht sich bei mir alles um, Alter. Weil, also die sind ja auch in letzter Zeit richtig groß, diese ganzen, man hat ja angefangen mit Ferrari und so und dann gibt es den Gran Turismo Film und so und diese ganzen Produktfilme, Alter, ich kann das nicht mehr sehen, das ist, in der Theorie ist das schon eklig, da ist ein Produkt und das ist ein Film. Ja sicher, das kommt ja auf den Umgang damit an, wenn so ein Film nur ein Abwächse ist für das Produkt, das ist natürlich schwierig, aber Barbie war ja jetzt kein Abwächse für das Produkt, sondern es ging ja auch um Kritik durchaus an dem Unternehmen. Ja. Und an der Geschichte. Naja, also agree to disagree. Was haben wir hier noch Relevantes? Godzilla Minus One hat gewonnen, das hat sehr viele gefreut, beste visuelle Effekte. Das war halt relativ low budget und deswegen ist das schön, dass der gewonnen hat. Anatomie eines Falls zum Beispiel hat auch bestes Original Drehbuch bekommen und beste Filmmusik wieder Oppenheimer, beste Kamera Oppenheimer. Poor Things hat auch, ich glaube, drei oder vier Oscars bekommen, den hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Nee. Aber ich weiß, dass es existiert. Bestes Make-up, beste Frisuren, bestes Kostümdesign, bestes Szenenbild. Der ist halt wirklich so ein bisschen fantastisch, sag ich mal. Und der hat das absolut verdient und ich glaube, Emma Stone hatte auch den Oscar für beste Schauspielerin bekommen, wenn ich mich gerade nicht irre. Das war ja so ein bisschen der, ja genau, Emma Stone. Das war ein bisschen der Skandal, sag ich mal, dass Leute gesagt haben, oh, hier, die hätte es verdient oder hier die, die Dame aus dem Scorsese-Film, den ich gerade nicht benennen kann, weil der auch keine Oscars bekommen hat. Der ist nämlich irrelevant jetzt. Ich komme gerade echt nicht drauf. Da, wo die, äh, die Ureinwohner weggeknechtet werden. Ist ja auch egal, die hätte auch einen Oscar verdient, bla bla bla. Emma Stone hat das sehr gut gemacht. Äh, guckt den Film. Der war jetzt nicht so ein Film, wo ich dann gesagt hätte, ich muss euch da alle reinschleifen, wie ich das bei Everything Everywhere gemacht habe. Aber das ist schon, ist schon ein sehr einzigartiger Film. Und es gab noch eine coole Performance von Ryan Gosling, äh, I'm Just Can. Die fand ich sehr gut. War für viele, war für viele das Highlight der Oscars seit Jahrzehnten. Ja, mit Slash an der Gitarre, das war schon ziemlich cool. Ja. Und die Leute so, oh, der nimmt die Hand vom Kameramann, das ist so schee, das ist so schee. Das war gar nicht aufgefallen. Hat er gegen Ende gemacht und führt die Kamera dann so auf. Ach so. Ja, die Oscars, wie gesagt, die sind für mich immer nicht so entscheidend. Ich finde den ESC viel spannender. Stimmt. Und die Game of the Year Awards, die sind natürlich für dich am relevantesten. Oh, natürlich, ja. So wie Dragon's Dogma 2 bestimmt ganz viele bekommen wird. Hat Tetris wieder gewonnen? Nee, es gab die nicht. Also die, das ist, die gab es vor drei Monaten oder so. Wir haben drüber geredet. Aber ich wollte nur elegant überleiten und ganz kurz Dragon's Dogma 2 erwähnen, was jetzt nicht mehr, nicht mal mehr eine Woche hin ist. Und langsam wird es echt anstrengend für mich. Ich sitze hier so hinschuldig auf dem Sofa und will das jetzt. Es gab einen neuen Trailer, den ich mir auch jetzt nicht mehr angeguckt habe, weil es ist spoilerig langsam. Und der wurde kommentiert von Ian Mac so und so. Ich weiß leider nicht genau, wir haben Ian Mac Sheeran oder so. Das ist der Typ von John Wick, der im Hotel arbeitet. Der Boss vom Hotel, kennst du bestimmt voll, ne? Ja, sicher. John Wick 4 sollte man als Cineast geguckt haben. Tino, du bist doch Theatermann. Ja, übelst. John Wick 4 ist einer der schönsten Filme, die je gemacht wurden. Kann der sein. Der ist zu krasser Einsatz von Neonlicht und so. Und jedes Panorama ist einfach ein Wallpaper. Ich ersticke gerade. Nicht sterben, bitte. Und ja, dann gab es einen kleinen Skandal, weil erstmal ein Gold das gespielt hat. Ein Streamer, der, den ich ja auch schon mal erwähnt hatte, mit seiner Rattenuhr, der aufwacht, wenn die Ratte von der Sonne beleuchtet wird, weil dann stinkt's. Was? Und dann hat der irgendwie so Auswurf hinten im Hals und das blutet manchmal und das schmiert er einfach neben seinem Bett an die Wand und solche Geschichten. Aber der ist einer der größten Streamer der Welt und der hat halt den ersten Teil gespielt und hat das überhaupt nicht gecheckt und da gab's so einen Mini-Shitstorm, sag ich mal. Woher weiß man das mit der Ratte und der Kotze? Das hat er selber erzählt. Cool. Ja. Einfach mal die Klappe halten, wenn man so einen ekligen Lebensstil hat, ganz ehrlich. Ja, der hat irgendwie auch so eine richtig ranzige Wohnung und die Leute gucken den vielleicht so auch aus, also wie so ein Zoo-Phänomen oder so, weißt du, oh, was macht das Äffchen heute wieder? Ich weiß nicht, das klingt jetzt ein bisschen mies, aber so krieg ich's mit. So ein Zubkachenlord-mäßig, so sehr voyeuristisch. Ja, voyeuristisch kommt hin, aber das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie aktiv gemobbt wird oder so. Wie dem auch sei. Erzähl uns doch mal was Schönes über Achim Franz, den du hier, Franz, den du hier schon ewig aufhast. Achim Franz. Ich brauch was zu trinken. Mach nur. Ich wollte anknüpfen an meiner Anfangsgeschichte mit Facebook und so weiter. Und zwar hab ich gesehen bei Instagram, dass das Titanic-Magazin ein... Wie heißt denn die Steigerung von Titanic? Sag ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Eine Annonce gesehen, dass ein Achim Franz gestorben ist, ein Mitherausgeber des Magazins. Und haben ihn halt so beschrieben als großen Satiriker und so. Und da hab ich auch bei Wikipedia gesehen, dass er auch einen Eintrag hat und so. Und hat die Karikatur das Museum angeführt und so. Und ich dachte, den Namen kennst du irgendwo her. Ich guck bei Facebook, wir sind Freunde. Und dachte, okay, spannend. Und er ist mir bei Instagram gefolgt, Achim Franz. Einer der größten Satiriker Deutschlands ist mir gefolgt und ich wusste es nicht. Und der ist gestorben, weil das steht bei Wikipedia noch gar nicht. Jetzt war kurz, ja doch, hier steht es. Ja, hier oben steht es noch nicht. Der ist mit 66 Jahren gestorben jetzt. Und da hast du gedacht, da deinstalliere ich jetzt Instagram. Ohne ihn lohnt es nicht mehr. Nee, das fand ich irgendwie spannend. Weißt du manchmal nicht, wer einem so folgt. Das ist immer so überraschend. Und ich dachte, der Name guckt mir halt bekannt vor. Manchmal von Likes und so. Und wenn du guckst, wer so die Stories anguckt. Und da ist der einfach mal Follower gewesen. Und was mich im Nachhinein mit Stolz erfüllt. Aber mich auch beschämt, weil ich halt das nicht mitbekommen habe. Und ich mir nicht zurückgefolgt bin. Peinlich, Tino. Sehr weird. Deswegen hat er sich das Leben genommen. Tino Anrancher folgt mir nicht. Das reicht. Nee, der ist einfach... Nee, der ist irgendwie im Schlaf friedlich gestorben. Im Schlaf entschlafen. Ein Ehrenplatz im Brennburg-Nekrolog, weil er mein Follower war. Ja, warte mal. Hatten wir nicht noch irgendeinen Nekrolog diese Woche? Irgendwas ist, glaube ich, noch... Ja, doch, doch, doch. Ganz wichtig. Und zwar der Paul Alexander ist gestorben. Der Mann mit der eisernen Lunge. Ah, genau. Der ist seit 70 Jahren da in so einer Maschine. In so einem Halbsarg, möchte man meinen. Aus Metall. Und ist jetzt auch entschlafen. Der ist als Kind quasi erkrankt an Polio. Eine Erkrankung, die man heute durch eine Impfung quasi bekämpfen kann oder verhindern kann. Und muss deswegen sein Leben lang in so einem komischen Hohlzylinder aus Eisen verbringen, weil er halt nicht stirbt. Und es gibt zwar inzwischen modernere Varianten, solche Personen am Leben zu erhalten, aber dass seine Lunge schon so verkümmert sein muss, hat man das halt nicht gemacht. Und er wollte auch gar nicht daraus. Er kennt es nicht anders und so weiter. Er hat trotz dieser krassen Diagnose und dieses Lebensstils es geschafft, Jura zu studieren, Bücher zu schreiben, zu malen und war Anwalt sein Leben lang. Hat bis zuletzt auch gearbeitet. Aber in dem Kasten sehe ich das nicht ganz. Konnte er seine Hände einsetzen und so? Nee, nur mit seinem Mund hat er so den Pinsel oder den Stift bewegt und geschrieben und so. Crazy. Also richtig krass. Und er ist jetzt an Corona gestorben tatsächlich. Aha. Na toll. Also zwei Sachen, die eine Impfung hätte verhindern können. Naja, es gibt ja auch Menschen, die konnten ja auch nicht geimpft werden, weil das Risiko ja auch. Ja, das ist ja klar, dass es bei denen wahrscheinlich nicht ist. Aber ich weiß nicht, ob es bei denen so war. Also weiß ich jetzt nicht genau. Ich denke mal schon. Also der wird ja irgendwie nicht so einen stabilen Gesamtkörper haben, denke ich mal. Aber es gibt tatsächlich noch einen, den wir in den Necrolog eintragen müssen. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Namen finde. Aber der Boeing Quality Assurance Manager, der ist ja so ein Whistleblower gewesen und hat gesagt, hier bei Boeing ist es nicht so safe. Oh. Und der hat sich erschossen. So heißt der offizielle Bericht. Ich habe das mal hier in diesem Meme zusammengefasst. Be me, Whistleblower from Boeing. Feel so bad for saying such mean things about an innocent company. Gonna end it all from guilt. Hold gun like this. Pulltrigger. Na klar. So, und da sind natürlich jetzt die Mythen und Dranken am passieren, ob der wirklich sich selbst umgebracht habe. Weil kurz vor seinem, also der hat die ganze Zeit so Statements abgegeben und ich glaube vor Gericht musste der halt da irgendwie Aussagen machen. Und kurz vor seiner letzten Aussage ist er dann plötzlich verstorben. John Barnett. Found dead. So, da ist er nämlich. Boeing Whistleblower John Barnett. Ich meine, kann sein, dass er sich umgebracht hat, weil der Druck zu groß war, aber es wirkt schon sehr shady. Es wirkt sehr shady und im Zuge dessen kam direkt noch eine Meldung, dass Leute die Decke einer Boeing erreicht haben, weil sie so hoch gesprungen ist. Weil eines der Flugzeuge um, ich glaube 500 Fuß, was wird das sein, durch drei geteilt grob, glaube ich. Also irgendwas, 170 Meter abgefallen in der Luft und dadurch sind Leute, die clevererweise nicht angeschnallt waren, an die Decke geflogen mit dem Schädel. Und das kann wahrscheinlich auch mal passieren. Ich weiß nicht, ob das als Turbulenz mit durchgeht, wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist halt natürlich, das hat so ein Geschmäckle, wenn gleichzeitig so eine Meldung wiederkommt. Ja. Während da der Whistleblower sagt, bei Boeing geht es mit der Qualität bergab und da wird fahrlässig gehandelt und huch, mein Kopf ist weg. Aber Whistleblower heißt ja quasi Pfeifenpfeifer, oder? So Pfeifenpuster. Pfeifenpfeifer? Achso, Whistleblower. Ja. Finde ich einen komischen Begriff. Ein Pfeifenpfeifer. Wie ein Schiedsrichter quasi. Ja, daher kommt es ja auch. Echt? Na klar, der Schiedsrichter sagt ja auch hier, da läuft was falsch. Achso, aber ich dachte, das bringt dann die Person in so eine Rolle, dass er auch was zu sagen hätte. Aber hat ja jetzt, Schuljner Sorssch war ja auch ein bisschen Blauer oder hier, der jetzt in Russland lebt. Ja, der hat da drauf gezeigt, was falsch ist. Achso, witzig, wusste ich nicht. Macht ja der Schiedsrichter auch. Ich dachte so, es kommt von irgendwelchen so Blowing, so irgendwie so, irgendwie so geile Blown. Nee. Blowjob geben an die Öffentlichkeit. Ja. Info-Blowjobs. Nee. Ich würde auch gerne Blowjobs geben. Es gibt jetzt einen schwulen Menschen. Und die sind jetzt, die deutsche Nationalmannschaft wird jetzt quasi verschwult, homosexualisiert, wie die Kritiker sagen und Kritikerinnen. Denn das Trikot der EM-Mannschaft wird nämlich, also eins wird wie gewohnt weiß sein mit schwarzen Streifen und Deutschlandfahnen drauf. Und das Auswärtstrikot, glaube ich, nennt sich das... Nee, nicht das Auswärtstrikot trägt man, glaube ich, wenn die gegnerische Mannschaft ähnliches hat. Stimmt, stimmt. Es gibt manchmal auch Trikots von Mannschaften, die haben halt Heimat- und Auswärtstrikots, aber eben auch Ausweichtrikots, falls die andere Mannschaft zu ähnlich aussieht. Das stimmt, ich weiß auch nicht, wie es in dem Fall war. Vielleicht weißt du ja mehr als ich. Keine Ahnung, Fußball ist scheiße. Ja, das ist richtig. Aber ich wollte damit aufgreifen, dass die Nationalmannschaft jetzt auch mit einem pinken und lila-schwarzen Shirt auflaufen wird. Alter, ich habe direkt Bock, diesen Fußballer zu brumsen. Wirklich. Ja, same, Alter. Ich bin sofort schwul geworden. Und da gibt es natürlich ganz viele Kommentare von wegen Homosexualisierung und so. Keine echten Männer und es ist auch keine deutschen Farben. Pink und lila und so. Da hat aber jemand kommentiert, Jens... Jensun mit einem Powerpuff-Girl. Ich wusste euch, Jensun. Bei einem Powerpuff-Girl als Profilbild hat er mal zusammengefasst, dass Auslandstrikots noch nie schwarz, rot oder gold waren, sondern immer schon irgendwie grün, türkis, dunkelgrün, grau, türkis waren. Solche Farben, also wiederholend irgendwie. Und jetzt eben pink, wo ist der Aufschrei? Also warum jetzt die Aufregung? Weil halt pink so als schwulen Farbe gilt. Mal wieder fällige Eskalationen. Also da muss man schon extrem fragil sein. Um immer noch dieses Pink steht für was weiß ich zu haben. Ja. Das sind halt die rechten Snowflakes. Das ist halt wie es ist. Ja. Ich finde tatsächlich, es sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Ich hatte früher ja auch mal ein Skateboard. Das war schwarz-pink. Das hatte schwarz-pinkes Muster. War dann oben natürlich schwarz durchs Glyp-Tape. Und hatte dann pinke Rollen. Ich finde, das sieht einfach zusammen ziemlich geil aus. Ich muss auch sagen, objektiv gesprochen, oder subjektiv gesprochen, ich mochte auch schwarz-rot-gold als Farben immer ganz gerne als Kombination. Also als Kind irgendwie, weil ich dachte... Ja, ich dachte als Kind, das ist irgendwie in Ordnung los. Ja, mach das gerne. Und als ich dann mich politisiert habe als Jugendlicher und so, habe ich mir viel mit Punks rumgehangen, hatte ich mal kurz den Gedanken, dass man ja den Faschos, den Rechten, diese Nationalfarbe wegnehmen sollte. Hm. Das sehe ich heute nicht mehr so. Aber damals sagte ich irgendwie, ich mag die Kombination so gerne. Warum nicht trotzdem diesen, nicht diesen Nationalstolz, aber irgendwie diese Herkunft zu zeigen irgendwie und die Fahne den wegzunehmen mit diesen Schemen. Und wollte tatsächlich mir mal ein T-Shirt kaufen, wo schwarz-rot-gold drauf ist, was aber schwarz war. Also schwarzes T-Shirt mit schwarz-rot-gold drauf, weil es übelst cool aussah, habe ich mal irgendwo gesehen. Und dachte, eigentlich sieht das ganz gut aus. Bis ich irgendwann merkte, nee, Nationalfarben sollte man, finde ich, gar nicht unbedingt tragen. Tja, Tino, ich habe es wahrgemacht. Ich habe den Nazis die Farben weggenommen. Mein Kanal ist seit zwölf Jahren schwarz-weiß-rot. Ja, ist schon eine sehr alte Nationalflache, sage ich jetzt mal. Nicht mehr so gebräuchlich. In AfD-Kreisen schon noch, vielleicht. Ist tatsächlich eher wegen den White Stripes passiert, weil die haben denen schon die Nationalfarben geklaut. Aber ich finde die Kombination, also das ist meine Lieblingsfarbkombination. Na klar, schwarz-weiß-rot ist jetzt auch keine Kombination, die jetzt nur politisiert ist. Die Farbe haben ja alle. Also auch, um mal wieder Falco zu erwähnen, der hat ja auch immer schwarz-weiß-rote Symboliken. Es ist halt das Geilste. Also schwarz und weiß sind halt die Kontraste und dann eine Farbe dazuholen. Und dann finde ich, ist einfach rot die beste. Ja klar, sicher. Aber auch Orange-Grün mochte ich mal ganz gerne. Das fand ich auch eine gute Kombination. Möhre. Das zur Farbenlehre. Geil. Gut, ich habe hier auf jeden Fall mal noch so einen Schinken, den wir mal auspacken können. Damit es auch mal ein bisschen wieder Larifari wird. Denn ApoRed hat einen fetten neuen Prügel rausgebracht. Anders Video. Das verfolgen wir ja seit Jahr und Tag sehr gespannt. Ja. Und es war jetzt drei Monate still um ihn. Und er hat ein neues Video rausgehauen und sagt, ey Leute, guckt mal, wo ich wohne. Guckt mal, wie ich fahre. Guckt mal, wie viel Geld ich habe. Und innerhalb von ein, zwei Stunden war dieses komplette Video schon von allen auseinandergenommen worden und debunkt. Und da wurde von einem herangesoomt an die angeblich 1,6 Millionen Euro in Dollar, die da auf dem Tisch liegen. Und da wurde festgestellt, auf diesen Scheinen sind keine Seriennummern. Also die können nicht echt sein. Von Amazon bestellt wahrscheinlich nur diese Below-Kopien. Womöglich. Dann das Büro, in dem er sitzt, das sieht so ein bisschen aus, als würde er vorm Greenscreen sitzen. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, die Beleuchtung ist da einfach ein bisschen komisch. Aber es wirkt ganz eigenartig. Dann wurde aber auch rausgefunden, dieses Büro gehört so und so irgendjemand anderem, der halt in Dubai sitzt. Und es ist identisch, weil der Stuhl genau gleich aussieht. Die Wand streben wir mit deiner Kontrolle. Also es ist ein Serienbüro. Ja. Und er hat sich da halt einmal reingesetzt, hat sein Fake-Geld auf den Tisch gelegt und hat gesagt, guckt mal, wie reich ich bin. Ich habe mir ein Büro gekauft. Aber gerade das wirkt doch übelst Hass. Raffen die das denn nicht? Das gerade das Angeben von, ich habe so viel Geld und ein Auto und ein tolles Büro, dass gerade das doch total Hass wirkt. Ich glaube mittlerweile fast, also ich bin davon überzeugt, fast davon überzeugt, dass er das wirklich macht, weil er weiß, dass das die Leute triggert und dass er dadurch Reichweite generiert. Weil es geht nämlich noch weiter. Er fährt dann in seinem angeblich fetten, geilen Auto, 6er Klasse, was weiß ich, kenne ich mich auch nicht aus. Autos sind genauso scheiße wie Fußball und fährt er dann halt durch Dubai Richtung Wohnung und du siehst dann von innen noch diese Leihplakette, die Autos halt haben, die man so leihen kann. Und also so dumm ist der doch nicht, das nicht wenigstens irgendwie abzudecken oder halt nicht zu zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so bescheuert ist. Und deswegen denke ich mir fast, er lässt das mit Absicht drin, dass die Leute das dann erfahren, dass das Fake ist. Und durch diese Spekulation, aha, guck mal hier, labert er wieder Scheiße, generiert er dann Bass und bleibt im Gespräch. So kann ich mir das schon vorstellen. Dann fährt er in seine Wohnung. Seine Wohnung ist eigentlich ein Hotelzimmer. Das wurde auch relativ schnell rausgefunden. Das kann man ja gut erkennen. Es kostet ungefähr das, was er im Video sagt, 3700 im Monat. Aber es ist halt ein Hotelzimmer. Er sagt so, ja, es ist spärlich eingerichtet, aber es ist halt ein Hotelzimmer. Was soll da? Es liegen halt auch fast keine Gegenstände von ihm rum. Und nicht alles so mäßig ist wie du, Robin, wo alles rumliegt. Ja, also zur Zeit ist es wirklich schlimm, weil meine Mitbewohner sind beide nicht da. Und ich lasse mich hier richtig gehen. Geil. Aber am Ende kommt vielleicht auch raus, dass Mimi und ApoRed einfach ein Couple sind, weißt du? Die halt einfach nur riesigen Beef provozieren, um beide Reichweite zu generieren und Geld zu generieren. Das fände ich auch grandios. Die Entschuldigung ist dann im letzten Video ernst gemeint an ApoRed. Ja, und dann geht ApoRed auf die Knie und sagt Mimi, willst du nicht heiraten? Doch, das ist schon das Geilste an diesen ApoRed-Videos, oder? Dass Mimi-Videos kommen. Ich gucke mir das beide jetzt nicht so richtig an. Oh. Nee, also ich finde es witzig, ich bekomme das durch dich ein bisschen mit und durch andere Leute, dass du erzählst, was Mimi so alles hinkriegt und so. Aber ich finde einfach Mimi anstrengend, ich kann ihm nicht zuhören. Das finde ich anstrengend. Also das ist aber veraltet, so redet er fast nie mehr. Dann bin ich vielleicht nicht mehr aktuell. Der redet mit seiner normalen Stimme mittlerweile. Das fand ich mir so anstrengend, deswegen war ich da immer so abgeschreckt, das hat mir nicht gefallen. Okay. Siehst du, so geht das mit Biases. Naja, einmal einmal angeguckt und dreimal angeguckt und jedes Mal so gesprochen, dann denke ich mir halt so, nee, dann gucke ich mir das einfach nicht mehr an. Ja. Wo ich dir aber recht gebe, Mimi hat mal so einen Rap-Track gemacht, wo er die ganze Zeit in dieser Stimme rappt und der wird übelst abgefeiert und für mich ist das einfach grauenhaft. Aber es hügt mich auch einfach nicht, was der Berichter, mich juckt ApoRed einfach nicht. Es ist vielleicht manchmal lustig, aber eigentlich, es ist mir egal. Also bei mir ist so ein Faktor dabei, dass durch diese Form von Videos immer noch so die deutsche Community-Gefühl da ist. Weil das ist ja alles auf YouTube extrem professionalisiert und wir machen jetzt Fernsehen auf Wisch bestellt und so und wir sind jetzt Produktionsstudios und nicht mehr der YouTuber im Zimmer. Und früher war halt so dieses, Herr Tutorial lädt ein Video hoch, jeder weiß es, jeder, man ist halt so vernetzt irgendwie, weißt du? Und dann irgendwann so, als dieses Mediacraft-Ding groß geworden ist, hat es so angefangen, dass es sich immer weiter aufgefächert hat. Und ich habe halt irgendwie gefühlt immer mitbekommen, wenn ein Herr Tutorial Scheiße baut oder halt auch nur ein Video hochlädt, obwohl ich die nicht abonniert hatte. So und das ist halt jetzt gar nicht mehr. Aber es hat auch viel geworden. Es ist aber jetzt viel Content Creator. Ja, viel und es hat halt irgendwie nicht mehr diesen Vernetztheitscharme. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn Leute sagen, wenn von uns ein Video kommt, dass sich das so anfühlt wie YouTube früher. Das finde ich immer schön. Und das ist halt, das schwingt bei mir da auf jeden Fall mit so, weißt du? Ja, dann gönne ich auch Aperetti 100.000 extra Klicks, wenn dafür dieses Gefühl von, ach guck mal, jetzt können wir eine neue Sau durchs Dorf treiben. Durch unser kleines YouTube-Deutschland-Dorf. Das finde ich irgendwie ganz heimelig. Aber auf der anderen Seite guckst du dir dann auch YouTuber an, die halt noch so sehr einfach mit den Produzieren. Weil du bist doch inzwischen, also mit du, meine ich jetzt wie alle, wir sind doch voll die hohen Standards gewohnt bei YouTube. Dass der Ton richtig geil ist, dass das Bild geil ist, dass coole Intros sind und so. Also irgendwie fällt es doch auch schwer inzwischen, sich Videos anzugucken, wo das nicht mehr so glatt ist. Also der Herr wird mich jetzt dafür foltern, aber also David Hine zum Beispiel hat sehr simple Videos, wenn er keine Essays macht. Also seine Reviews zum Beispiel sind einfach nur, er steht vor einer Wand und labert. Ja, aber trotzdem ist es ja mit einer guten Kamera aufgenommen, es hat ein Konzept und so und es hat auch nur, ja. Aber jetzt so Sachen wie so drei Kumpels oder so, die filmen in ihrem Kinderzimmer, in ihrem WG-Zimmer, irgendwie eine lustige Challenge oder so. Oder drehen eigene Sketche. Das ist doch völlig verloren gegangen. Das gibt es vielleicht noch, aber das guckt sich keiner mehr an. Jetzt geht es doch nur noch darum, um ganz große Themen und um große Qualität. Jeder hat irgendwie drei Cutter noch irgendwie in der Hinterhand. Und die ganzen YouTuber haben doch alle eigene Häuser, wo sie produzieren und wohnen alle nebeneinander. Und machen Videos von ihrem neuen Pool, den sie jetzt gerade bauen. Es ist ja einfach so und ich will das ja auch nicht verteufeln, aber ich sag nur, dass die Zeiten vorbei sind, würde ich mal sagen. Wo so einfache Creator wie jetzt auch... Ich muss das extra überprüfen. Ja, sorry. Wie jetzt deine Branks zum Beispiel sind ja Sachen... Du arbeitest ja noch ähnlich wie vor zehn Jahren zum Beispiel, ne? Ja. Und ich glaube, dass das einfach nicht mehr geklickt wird, weil der Standard so hoch ist. Das mag sein. Aber guck mal, Shoe on Head hat immerhin noch eine relativ schlechte Kamera und filmt hier ein 4 zu 3. Die hat immer noch eine bessere jetzt als vor ein paar Jahren. Die macht auch mittlerweile ein bisschen aufwendigere Videos, wobei ich gar nicht weiß, ob sie die selber schneidet. Aber die hat vor zwei Jahren noch mit so einer ranzigen Webcam-Videos gemacht. Und da ging es halt wirklich um den Inhalt und nicht irgendwie um die Präsentation. Aber es ist schon seltener geworden. Wenn du in die Trends guckst, da ist auch kein Video mehr irgendwie einfach produziert. Ja, Garst Johnson sehe ich hier gerade. Gucke ich tatsächlich zurzeit fast nicht mehr, aber habe ich abonniert. Und der macht halt auch so simple Ich-filme-mich-selber-Videos. Das geht dann noch in die Richtung. Ich gehe halt gerade mit so ein paar Abos durch, ne? Aber du hast schon recht, da ist schon viel... Ja, Kartnax ist jetzt auch nicht so ultra krass produziert. Ne, das ist so ein bisschen wie... Ich bin auch so ein bisschen in dieser Leipziger Buchmesse-Bubble gewesen, ne? Und als ich da zum ersten Mal war, 2010, 11, so... Da gab es so wenige Menschen, die quasi so ein bisschen Fame waren und die Fotos gemacht haben mit Leuten. Also es war so, es gab vielleicht von zehn Leuten, gab es so ein, vielleicht zwei oder anderthalb Leute, die waren ein bisschen größer und die wurden von allen irgendwie nach Fotos gefragt. Und dann kam Can, da hat die ganze Szene versaut. Das ist die nächste Geschichte. Ich war zum Beispiel damals mit einer Person unterwegs, ich will jetzt gar nicht sagen, wer es war. Die war damals so eine Größe im Cosplay, ne? Und wir mussten alle fünf Minuten anhalten, weil sie fotografiert worden ist von Leuten und so. Und ich habe die auch teilweise gemacht in die Fotos, was ja auch cool war. Aber wir waren dann jedes Jahr dort und in einem Jahr haben wir gemerkt, dass sie immer weniger gefragt worden ist nach Fotos und dass jeder quasi jetzt so jemand sein wollte, der berühmt ist. Und alle... Nee, aber alle legen jetzt Wert drauf, auch so jemand zu sein. Und es hat nachgelassen. Und überhaupt, dieses Fotos, mit jemandem zu machen, wird immer weniger. Weil auch die Standards immer mehr wurden, die Cosplays wurden immer krasser. Und auf einmal gab es tausend Leute mit richtig geilen Kameras, die da irgendwie Fotos gemacht haben, haben da ihre Visitenkarten rumgezeigt und so. Einfach, weil diese Qualität so krass angestiegen ist. Ja, wenn alle bekannt sind, ist es keiner mehr, ne? In dem Sinne. Genau. Und ich hatte auch das Gefühl, kann auch einfach nur falsches Gefühl sein, dass sich manche auch inzwischen selber zu cool waren, um nach Fotos zu fragen. Andere, die wollten halt selber nach Fotos gefragt werden. Und wollten deswegen eher so ein bisschen selber diese Lichtgestalt sein. Was ich nicht schlimm finde, aber es war schon eine Sache, die ich beobachtet habe als Außenstehender. Weil ich ja selber weder jetzt im Cosplay-Bereich berühmt war, noch wahnsinnig interessiert war. Aber ich hing mit den Leuten rum, die das waren. Und da habe ich das von außen so ein bisschen beobachten können. Das haben die auch teilweise selber gesagt, wenn ich unterwegs war. Ja, es hat sich schon verändert. Also jetzt irgendwie, jeder hat jetzt einen Instagram-Account mit krassen Cosplays und vielen Likes und so. Und da Fotos wird kaum noch gefragt eigentlich. Also nicht mehr wie früher mit Fan-Selfies. Also ich habe ja auch sehr viele Fotos in meinem Leben mit irgendwelchen Leuten gemacht. Und so nett das ist, objektiv betrachtet, ist es schon auch eher... Ich will jetzt nicht nervig sagen, weil ich habe das bei allen gerne gemacht. Aber jetzt mal objektiv, du gehst über eine Messe und... Okay, das ist natürlich auch in meinem Fall so. Ich war da ja nie als, ich gucke mal, was auf der Messe cooles geht. Sondern es ging ja immer darum, ein Video zu machen. Und je mehr Fotos man da machen muss, desto weniger kommt man dazu, Video zu machen. Und das ist dann halt ein bisschen Kacke. Ohne das jetzt schlechtreden zu wollen, ja. Ich habe mich immer gerne mit diesen Leuten auseinandergesetzt. Und habe dann ja auch, ich glaube 2015, gemerkt, dass es echt viel war. Und habe das dann zum Teil des Videos gemacht. Und habe statt ein Foto mit den Leuten, habe ich ja dem einen Video mal die Kamera so genommen. Und wir haben uns so im Kreis gedreht. Und dann war das halt einfach ein Part im Video, wie ich da mit 50 Leuten so im Kreis drehe. Und dann hat das wieder irgendwie Mehrwert. Aber so, es klingt halt übelst asozial, wenn ich das so sage. Aber jetzt mal objektiv betrachtet, geht von mir mal weg. Du gehst irgendwo hin und musst alle 5 Minuten anhalten und mit jemandem ein Foto machen. Das ist ja eigentlich gar nicht so geil. Würde mich auch nerven. Deswegen will ich ja gar nicht, also ich wollte immer, also mit Anfang 20 fand ich es irgendwie geil, berühmt zu sein. Und war ja auch, also ich war es ja nicht, ne. Aber ich hatte schon Bock, irgendwie sowas zu machen mit Schauspiel und mit die Partei und so. Weil ich war dann ja auch so im Vorstand und so. Und fand es irgendwie cool, gekannt zu werden. Aber eigentlich will ich das gar nicht mehr. Jetzt habe ich gemerkt, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Weil ich jetzt schon, wenn ich manchmal Migräne habe und ich gehe einkaufen. Und da habe ich ja schon Menschen, die ich einfach im persönlichen Bereich kenne, mit denen ich dann reden muss, in Anführungsstrichen. Weil ich kenne ja bei Herkules hier oder bei Edeka so die halbe Belegschaft, wo ich einkaufen gehe manchmal. Das nervt mich dann schon. Und ich will mir nicht ausmalen, wie es ist, wenn ich Migräne habe und muss mit Leuten Fotos machen oder die fragen mich danach. Und ich will dann auch nicht arrogant sein, nein sagen. Ich würde auch nie ablehnen. Aber das wäre für mich echt die Hölle. Und gerade so dieses Paparazzi-Ding in den USA. Ich will nicht Justin Bieber sein oder Harry Styles oder so. Ja. Schön, dass wir dann mal drüber geredet haben. Es gibt auf jeden Fall jemand anderen, der gerade in dieser Situation ist, nämlich der Anzeigenhauptmeister. Ja. Wir müssen ihn nochmal thematisieren. Denn letzte Woche haben wir ja schon drüber gesprochen und jetzt vor einigen Tagen wurde er verprügelt. Und vermutlich, ich weiß es bis jetzt eigentlich immer noch nicht, aber ich habe es auch nicht nochmal nachgelesen. Der letzte Wissensstand war, dass es nicht explizit damit zu tun hat, dass er der Anzeigenhauptmeister ist, sondern dass das einfach gewaltbereite Hooligans waren. Und er halt in dem Moment an die angeeckt ist. Aber die hätten wahrscheinlich auch jeden anderen in so einer Situation verprügelt. Trotzdem gibt es ja sehr viele Leute, die dem bis zum Tod alles wünschen. Ja. Und dass er verprügelt wird und zum Glück liegt er im Krankenhaus und so. Und das geht zu weit. Und ich habe ja diese Woche auch mein In-Real-Life-Video gefilmt von dem. Und das ist ein Aspekt, den ich da auf jeden Fall berücksichtigen musste. Weil so witzig und mimisch das ist, der Typ ist halt trotzdem erst 18. Und es ist halt nicht... Also man ist so viel unterer Mensch. Ja, ich will nicht unter Mensch sagen, aber wenn man... Da ist ein Typ, der halt einfach nur Anzeigen macht. Ja, aber er macht ja eigentlich nichts. Es ist ungeil. Ja, das will ich gar nicht abstreiten. Und ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, dass ich nicht in einer Welt leben will, wo Gesetze nicht irgendwie mal menschlich ein bisschen schwammig ausgelegt werden können. Mal ein bisschen der Gesetzestext gedehnt werden kann. Oder mal ein bisschen Toleranz gezeigt. In so einer Welt will ich nicht leben. So, Gesetz ist Gesetz und bla bla bla, Hals, Maul. Aber wenn man das dann kontert mit absolutem Hass und dem Verprügel, Anschwuch, sonst was, was man da macht, dann ist man so viel weiter unter dem. Das geht einfach gar nicht. Ja, sehe ich genauso. Und du hast ja auch erlebt ein bisschen, wie es ist. Habe ich erlebt, ja. Und mehr kann man in deinem Video wahrscheinlich sich angucken. Guckt euch das Video an, es wird ganz, ganz groß. Wenn das veröffentlicht wird, dann verklage ich jeden letzten Cent aus dir raus. Ja, und ich sehe es halt genauso, es ist einfach Quatsch. Ich würde mit so Menschen auch nicht befreundet sein wollen. Ich finde so Denunziantentum eh nicht geil, gerade wenn es halt Menschen einfach nicht juckt. Wenn jetzt jemand mal falsch parkt für eine Minute, weil er sich Pommes holen will oder sowas. Es ist halt so, oder wenn es ein Bäcker muss, juckt mich halt nicht, wenn du halt keinen behinderst. Aber der hat sich ja zur Aufgabe gesetzt, irgendwie in jedem Dorf aufs Prinzip Leute anzuzeigen, einfach um eine Bucketlist zu erfüllen, Leuten zu schaden. Also was er macht, er hat sich ein Hobby gesetzt, was Leuten schadet. Sein Argument ist, das schadet dem Individuum, aber es tut was Gutes der Gesamtgesellschaft. Ja, weil die Geld kriegen, so Bußgelder und so. Also ich würde hier auch gerne mal eine konträre Meinung einwerfen, weil es schon Leute gibt, die auch sagen, das ist gut, weil wenn das jemand macht mit dieser Intensität, dass es halt schon dafür sorgen kann, dass Leute einfach mehr darauf achten, wie sie denn parken und so. Und da mehr Awareness haben, weil der ist ja jetzt auch sehr bekannt. Also das Video hat jetzt auch irgendwie bald 5 Millionen Aufrufe, der ist schon, das ist schon ein Ding jetzt in Deutschland. Ja, sicher. Und er darf es ja auch. Ich finde es trotzdem nicht geil, aber es kann schon. Es ist natürlich auch in Deutschland ein bisschen kritisch mit unserer Vergangenheit, mit DDR und Stasi. Das ist alles klar. Aber es gibt genug Leute, die auch sagen, ja, schön, dass der das mal macht. Das ist auch ihre Meinung, können sie ja gerne haben. Und im Endeffekt, das Ordnungsamt macht das ja auch. Ja, beruflich halt. Ja. Die sind einfach angeschnitten. Und das ist für dich ein Unterschied? Ja, schon, natürlich. Weil der Staat, wenn er schon Gesetze macht und Richtlinien irgendwie, nicht Richtlinien, wenn er Gesetze erlässt und so weiter, dann hat er auch dafür Sorge zu tragen, dass er auch durchgesetzt werden. Das kann ich dann nachvollziehen, dass er auch eine Fürsorgepflicht haben und es kontrollieren. Aber du als People, als Bürger, ja, dass du dir jetzt die Aufgabe machst, dem Staat so auszuhelfen und deinen Mitbürgerinnen zu denunzieren, das ist einfach nur, weiß ich nicht. Wie gesagt, sein Framing ist, er tut was für die gesamte Bevölkerung Positives, auch wenn es dem Individuum schadet. Das macht das Ordnungsamt auch schon. Ja, aber scheinbar nicht gewissenhaft genug. Er muss sich nicht wundern, in meiner Erfahrung nach mache ich das schon sehr gewissenhaft, aber ich finde, er muss sich nicht wundern, wenn, nicht, dass er verprügelt wird, gar nicht, sondern dass der Freundeskreis vielleicht ein bisschen kleiner ist. Ich würde mit so jemandem auch nicht befreundet sein wollen, aber ich würde ihn auf jeden Fall auch nicht mit Gewalt drohen, weil er darf es machen. Er macht ja jetzt nichts Falsches, nichts Gesetzeswidriges. Er hat sich ja wohl, das hast du mir, glaube ich, erzählt, auch in dem Video selber angezeigt. Ja, sein Fahrrad fällt dann am Ende des Videos um. Also er ist konsequent, kann man sagen. Ja, und da ist halt meine große Frage, hätte er das auch gemacht, wenn er alleine gewesen wäre? Das weiß man halt nicht, ne? Wer weiß. Also ich finde es okay, was er macht, so soll er machen. Ich würde ihm da jetzt nichts Böses wünschen wollen, aber pass auf. Pass einfach auf, dass du nicht noch schlimmere Sachen erlebst. Ich wünsche es dir nicht. Ja, was wir auch nicht wünschen, ist zu ertrinken. Ein weiteres Flüchtlingsboot ist abgegluckert im Mediterranean Sea. Hat bestimmt wieder jeden interessiert und jeder mitbekommen. Es ist halt so eine News, die einfach normal geworden ist. Ja, ich habe im Zuge dessen einen Kommentar gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die richtigen Zahlen sind, aber ich fand es trotzdem interessant. Da hat nämlich ja jemand gesagt, naja, das ist schon hart, aber das sind 180.000 Leute sind, wahrscheinlich ging es da ums Jahr oder so, sind übergesegelt und nur 3,2.000 sind dabei gestorben. Und da denke ich mir, okay, das ist einfach, wo kommt das nur her? Das ist schon echt viel. Und dann ist natürlich wieder eine heiße Debatte entbrannt, bei der du jetzt wieder Puls kriegen wirst, von wegen, naja, wenn man, je mehr man dieses Verhalten fördert, indem man denen hilft oder die noch abholt, desto mehr kommen ja auch und desto mehr ertrinken auch. Das soll überhaupt nicht die Frage sein. Also da ertrinkt Menschen, Punkt, da hilft man denen einfach. Ja, die sind ja dann schon ertrunken. Das ist ja wie, wenn du jetzt jemanden irgendwie... Aber also das Argument verstehst du schon. Ich verstehe es, aber es ist dumm. In der Theorie, auch wenn du es unmenschlich findest, diesen Ansatz. Ich verstehe es, aber es ist dumm, weil Menschen ertrinken, Punkt, und dann musst du denen einfach helfen. Egal, was sie machen. Ja, ja, aber der Punkt ist ja, dass wenige ertrinken würden, wenn die nicht wüssten, dass sie gerettet werden. Ja, aber das kannst du trotzdem nicht schließen, dass du es nicht mehr machst, weil die ertrinken einfach, Punkt. Deswegen gehst du da hin und rettest die. Ja, also das ist so ein bisschen Huhn und Ei-Diskussion, aber ja. Finde ich überhaupt nicht. Also ich verstehe schon irgendwie, logisch, klar würden weniger Menschen kommen, wenn die wüssten, die werden nicht mehr gerettet. Aber trotzdem müssen sie gerettet werden. Also wir können ja nicht das als Grund nehmen und sagen, wir lassen die jetzt ertrinken. Das geht einfach nicht. Wir bauen einfach eine Holzbrücke über das Mittelmeer und drüben sitzt dann so eine Gerda mit einem Stempel und da wird dann erstmal Einbürgerungstest gemacht. Ne, es muss halt legale und sichere Fluchtmöglichkeiten irgendwie geben, dass man, also klar, auch Ursachenbekämpfung, das ist eh klar. Das will ja sogar die AfD angeblich Ursachen bekämpfen, weil sie Angst vor Ausländern haben. Ich habe eine Idee. Wir gehen nach Afrika und bauen da Deutschland 2, eine deutsche Kolonie. Herr Selner jetzt nicht. Herr Selner, bitte verlassen Sie diesen Podcast. Und dann ersparen die sich nämlich diesen Wasserweg, diesen gefährlichen. Ja, aber du kannst ja auch zum Beispiel sagen, du rettest auf dem Oktoberfest keine Alkoholopfer mehr. Wenn die eine Alkoholvergiftung haben, pummelst du kein Alkohol mehr aus dem Bauch, sondern sagst, ey, wenn die wissen, wir retten die nicht mehr, wenn die sich besaufen, trinken auch weniger. Das würde auch niemand sagen. Darum geht es nicht. Du hast jemanden vor dir, der stirbt gleich, also rettest du ihn. Punkt. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Ja, ist ein bisschen was anderes in dem Sinne, dass du ja, um es zu retten, explizit da in diese Richtung rausfahren musst. Und beim Oktoberfest ist der Krankenwagen schon da quasi. Also das sind ja überall Rettungszeiten. Du musst auch erstmal dahin fahren, der Krankenwagen. Ja, der ist ja sowieso da, weil es kann ja immer was passieren auf so Festen. Dann sollten auch an den Küsten auch sowieso Rettungskräfte da sein. Ja, die sind ja nicht, die werden ja... Die werden ja illegalisiert teilweise. Ja, nee, aber der Punkt ist ja auch, dass die nicht an den Küsten sind, sondern dass die wirklich über die Hälfte halt einfach rausschippern und die Leute da schon abfangen. Aber ist egal, da müssen wir jetzt... Ich habe ja nur noch diesen Punkt hier eingerufen wollen, weil ich wusste, dass du Puls kriegst. Ja, klar haben die Argumente, die Menschenfeinde so, aber trotz allem sind das niemals Gründe, den Leuten nicht zu helfen. Ganz einfach. Mir ist zum Glück eh nicht mehr zu helfen. Wenn man auch nicht mehr zu helfen ist, sind bald Amazon-Kunden, denn die Rückgabefrist wurde drastisch gekürzt, weil Amazon halt freiwillig wäre Produkte 30 Tage quasi Zeit gegeben, um sie zurückzuschicken, kostenfrei sozusagen. Aber jetzt wird es auf 14 Tage verkürzt, weil offenbar das Überhand genommen hat. Und gesetzlich müssen sie auch nur nach 14 Tagen... Ist das dieses räudige, ich kaufe mir Klamotten, probiere die an und schicke die wieder zurück? Oder trage die halt für ein Event und schicke die wieder zurück? Ist das dieses... Darum glaube ich, es wird auch so ein Pull-Faktor sein für solche Sachen. Und da geht es ja auch darum, dass einfach Menschen sich Sachen einfach wild bestellen und die dann einfach nach 30 Tagen zurückschicken. Und es derft Amazon, deswegen wollen die jetzt das verkürzen. Das ist auch richtig gut für die Umwelt, wenn man tausendmal hin und her schickt. Prinzipiell kann das dazu beitragen, dass es so ist. Ausgenommen von den Änderungen sind Amazon Geräte und erneuerte Produkte. Ich habe einmal in meinem Leben bei Amazon bestellt und dieses Paket kam nie an. Und deswegen habe ich seitdem nie wieder dort bestellt. Ich habe eine blanke Weste, was das angeht. Ich habe die so zwei verkreuzte Katanas für das Deadpool-Kostüm bestellt. Aber es kam nie an. Und dann? Geld zurück? Ich glaube, nach weiß ich nicht wiefällen, habe ich es dann irgendwann mal zurückgekriegt. Aber das war dann für mich so, okay, was soll das? Und wenn ich irgendwas bestelle, dann ist es meistens Ebay. Aber so viel bestelle ich ja jetzt auch nicht. Apropos, was soll das? Ich habe mal eine Herbert Grönemeyer-CD bekommen von Amazon, ohne die bestellt zu haben. Da würde ich auf jeden Fall direkt klagen. Also Herbert Grönemeyer, das ist ein Hassverbrechen. Nein, da habe ich meine Adresse und so und dann mache ich das Ding auf und ich habe gar nichts bestellt. Da war eine Grönemeyer-CD drin, aber eine kaputte, also nicht mehr, die halt gebraucht war. Das muss Dion gewesen sein. Nein, das ist ewig her schon. Da war ich noch 20 oder so. Das war so in meiner ersten WG. Und da habe ich da mal angeschrieben und die meinten dann, ja, es war ein Fehler. Behalten Sie sich jetzt einfach und schicken denen einfach eine neue, sonst zu teuer, beides zu bezahlen. Der Akku wird niedrig, die Zeit wird auch knapp. Ja, es geht, es geht. Und es gibt noch eine wichtige Änderung. Und zwar, wenn ihr einen Airbnb habt, liebe Leute. Da gibt es bestimmt Menschen unter euch. Es gibt ein Kameraverbot, was mich wundert, dass es doch noch nicht vorher gab, das Verbot. Denn es gab viele Beschwerden von Menschen, die halt sie Airbnbs gebucht haben. Und ab 30. April werden Überwachungen von Innenräumen komplett verboten. Man darf Außenkameras haben, die dürfen aber nicht irgendwie gerichtet sein auf Dusche oder Saunas, was ja eh klar sein sollte. Sie müssen gemeldet werden, also es muss transparent sein. Und vorher war es gestattet, das hat mich ja völlig schockiert als auch Airbnb-Nutzer, dass man Flure und Wohnzimmer durfte man klar einfangen mit Kameras. Ja, ich meine, das schockiert dich ja nicht, wenn das in einem Supermarkt ist zum Beispiel. Naja, aber da bist du ja nicht privat. Da wirst du ja einkaufen und schminkst dich, hast du eine Perücke auf und so. Aber wenn du jetzt bei... Aber Hotelflure haben garantiert auch Kameras. Aber auch Flure sind ja ein öffentlicher Raum, also nicht öffentlicher Raum, aber da gehst du ja auch mit anderen Leuten. Aber wenn du ein Airbnb hast und hast jetzt ein Haus und eine Wohnung für dich quasi und du wohnst da... Naja, das ist nicht ja zwangsläufig so. Du teilst ja ein Airbnb auch öfter mal mit drei, vier Parteien. Das gibt es auch. Also ich habe das noch nie gemacht. Ich habe bis jetzt immer ihr Airbnbs genommen, die nur für mich waren, wo auch die BesitzerInnen nicht waren. Aber auch die durften ja quasi im Wohnzimmer, klar, auch das musste deklariert werden. Also die durften da Kameras aufstellen. Das finde ich ja richtig, richtig eklig, also richtig krass. Aber da bist du ja privat. Das ist richtig, das hat ein Geschmäckle, aber da du ja auch sagst, man sieht das ja vorher. Wenn man das bucht, weiß man, dass da Kameras sind und dann lässt man sich ja drauf ein. Wenn man das so genau liest zum einen und das zweite, wenn du es nicht auch vergisst. Ich meine, wenn du dann irgendwie ein halbes Jahr vorher buchst so und denkst da nicht dran, hast du vielleicht nicht richtig gelesen und gehst dann da hin und machst dann ja Bunga Bunga im Wohnzimmer. Das ist doch scheiße. Also das finde ich, also hat mich überrascht. Ja, da ist diese Änderung ja gut für dich. Ja, voll. Kannst du jetzt überall Bunga Bunga machen. Ich bin auch in einem Airbnb jetzt in Wien dann. Bin sehr gespannt, das ist eine richtig coole Wohnung und die ist billiger als ein Hotelzimmer, Alter. Das ist richtig, richtig krass. Ja, ist ja generell so. Also Airbnb in Spanien, wo wir waren, das war ja auch insane, was wir da, da wir 110 Euro die Nacht bezahlt. Apropos Datenschutz. Oh, ich rede ganz kurz, liebe Leute. Also diese Woche war unterm Strich nicht so der Knaller. Ich leite ja schon mal langsam die Bewertung ein. Aber ja, der Anzeigehauptmeister, die Oscars, das ist ja so ein Ding, ne. Ich weiß es nicht, dieses Bowling-Ding. Ich weiß nicht, ob das die Gesamtbevölkerung interessiert, aber ich finde es schon krass, weil es wirkt halt schon sehr, wie er wurde suizidiert. Dankeschön, da ganz kurz Datenschutz. Und zwar, es gab eine überraschende Recherche vom BR, dass die AfD im Bundestag 500 Menschen eingeschleitert hat, die rechtsextrem sind, oder waren es 500? Das war aus Versehen. Nee, 500 arbeiten insgesamt für die AfD und es sind davon nur ein Teil, 800 Personen von den 500 sind in rechtsextremen Organisationen beschäftigt. Darunter auch die JA, ihre eigene Jugendorganisation, aber auch andere Sachen. Jedenfalls fand ich die Begründung der AfD ganz gut und zwar haben sie geschrieben, die AfD-Fraktion antwortet, dass sie sich aus Gründen des Datenschutzes und Erwährung der Persönlichkeitsrechte dazu nicht äußern werde. Das heißt, Nazi sein ist Privatsache, deswegen äußern wir uns nicht dazu. Das finde ich total spannend, weil sie es bei jedem mal hinzeigen, bei anderen Parteien und Fraktionen, die haben nie gearbeitet und so, der hat nicht zu Ende studiert und der war mal auf einer Antifa-Demo und so. Aber das ist dann ein Datenschutz, wenn die Nazis sind. Nö, die wollen ja privat, haben die halt die Meinung, dass man Ausschuss wieder aufmachen soll und dass man Menschen remigrieren soll. Ganz schwierig. Spicy. Wir werden mal sehen. In Amerika hat Biden das erste Mal seit langer Zeit wieder einen kleinen Vorsprung vor Trump in den Umfragen, wobei Umfragen natürlich immer nicht zählen. Außerdem, um Biden als Sieger darstellen zu haben, muss er einen großen Vorsprung haben, weil durch diese ganzen Machenschaften, die da im Hintergrund ablaufen, dass die Bezirke umgeschoben werden, sodass die Republikaner es leichter haben, die zu gewinnen. Gerrymandering nennt man das. Haben es die Demokraten schwer, weil zum Beispiel Hillary zum Beispiel hat ja irgendwie 8 Millionen mehr Stimmen gehabt damals und hat trotzdem verloren. Das heißt, Biden müsste einen sehr großen Vorsprung haben, um zu gewinnen. Aber Umfragen sind ja auch nur Umfragen. Das stimmt. Ich wollte es nur mal einwerfen. Vielleicht passiert ja auch ein ähnliches Phänomen irgendwann in Deutschland nochmal, dass die AfD vielleicht wieder etwas verliert, so wie Trump gerade in den Umfragen. Passiert gerade. Also die AfD ist nach den Korrektivrecherchen von 22 auf 18,5 Prozent gestürzt. Gestürzt. Also ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nichts Krasses. Gestolpert. Naja, also wenn man jetzt mal guckt, die insgesamten Zahlen der AfD, das war echt seit 2020, sind die echt nach oben geschossen, kann man sagen. Und jetzt zum ersten Mal nach den Recherchen fallen die halt nach unten. Das ist schon auffällig, weswegen man schon von Stürzen reden kann. Na gut. Was geben wir in der Woche, Robin? Es ist wahrlich jetzt nichts Krasses passiert. Also nicht so viel Krasses. Ja, ich bin nur so... Sachen jetzt wie Menschen ertrinken, Mittelmeer und so, das ist etwas Furchtbares. Aber auch jetzt nichts Neues, woran wir ja unsere Bewertung so ein bisschen knüpfen. Ja, ich habe noch eine tolle Sache vergessen. Pornhub hat jetzt in Texas das verboten, also den Zugang. Alle Leute, die in Texas sind, können nicht mehr auf Pornhub. Und das finde ich sehr schön, weil Texas ist ja auch so ein roter republikanischer Staat. Und die stehen ja für Freiheit. Und gute Freiheit. Aber wer hat denn das verboten? Pornhub selber oder die... Naja, also die haben ein neues Gesetz in Texas gemacht, dass du verifizieren musst, dass du 18 bist. Da zum Beispiel deinen Ausweis hinschicken und so. Und Pornhub sagt, da haben wir keinen Bock drauf, das zu implementieren für einen so einen scheiß Staat. Wir sagen einfach, ihr dürft nicht mehr zugreifen. Was passieren wird, ist, dass die Menschen frustrierter werden, dass die nicht schrafen, dass es halt ihre eigene Schuld ist, dass es ihre eigenen politischen Kräfte da reguliert haben, sondern werden einfach noch wütenderweise nicht mehr fetten können. Und wählen erst recht die Nazis. Dumm. Ist wie es ist. Ja, ich bin so gefühlt bei einer Vier. Das ist so eine Bauchentscheidung. Ich wollte auch gerade vier sagen. Hoffentlich passieren nächste Woche ein paar coolere Sachen, aber schöne Sachen. Ja. Irgendein Streamer hat einen Nippelblitzer oder wieder einen Pimmelrutsch draus beim Freuen oder so. Das wäre doch was Lustiges. Pimmelrutsch draus ist immer gut. Finde ich auch. Gut, dann machen wir das so. Hast du einen Song für die Playlist, lieber Robin? Ich habe einen Song für die Playlist. Ich habe Dream entdeckt diese Woche und nahezu schäme ich mich dafür. Dream mit T. Das ist so ein, ich glaube, Münchner junger Spund. Und ich sage es, wie es ist. Die Songs ballern. Aber dreieinhalb Millionen monatliche HörerInnen. Das ist viel. Der hat so richtig Dorftexte. Wobei die, also die sind nicht so primitiv wie typische Malle-Musik, was es mir leichter macht, bei Malle-Musik das auszublenden. Aber es hat halt diese typische Attitüde von, ja, okay, wir können saufen, saufen, saufen. Und ich muss mal kurz gucken. Herz macht Bam zum Beispiel ist so ein richtig typischer 90er-Jahre-Song. Vielleicht nehmen wir den, weil der ist noch ein bisschen neutraler, sag ich mal. Da geht es jetzt nicht zwangsläufig um die Saufen die ganze Zeit. Zelten auf Kies ist auch so ein Retro-Ding. Nehmen wir jetzt einfach Herz macht Bam, um ein bisschen 90er-Jahre-Jahre reinzumachen. Aber ich habe da wirklich das erste Mal das Phänomen, dass ich zum einen, weil der einiges jünger ist als ich, so mich da irgendwie nicht so richtig öffnen kann. Und weil der halt viel schlimmer, das ist nur ein kleiner Aspekt, aber der große Aspekt ist halt wirklich, das ist so, die Mucke geht richtig gut rein, ja. Aber das geht halt nur darum, ja, saufen und cool und ich nehme dich in das Bierzelt und da wird nochmal gebumst und ich weiß nicht. So ein bisschen Finch-Asozialtexte, oder? Hat er nicht auch sowas? Ja, auch, aber Finch zum Beispiel finde ich in seinen Texten schon cleverer. Aber er ist nicht clever. Ich mag den nicht. Das ist mir, weiß ich nicht, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Was nicht schwierig ist, ist eine Band, die hat mir unser Dudelsack-Vinzeln empfohlen, nämlich IFA Wartburg. Das ist eine spannende, hast du einfach dir gezeigt, ne? Ja, gehört. Eine schwedische Band aus 90er Jahren oder Anfang 2000er Jahren und die sind echt, die sprechen Schwedisch, aber singen auf Deutsch, also nicht akzentfrei, aber schon mit einem sehr klaren Deutsch, mit guten Texten, die auch wirklich tatsächlich wie von einem Deutschen geschrieben worden sind, also keine krassen kommunikatischen Fehler. Und ihr Konzept ist, dass sie halt wie eine DDR-Band singen, so. Und ich tue den Song FDJ, Freie Deutsche Jugend, dieser Band, in unsere Playlist und die haben ein Album gemacht in ihrer ganzen Laufbahn und das heißt, es hat auch einen ganz witzigen Namen, ich muss nur kurz nachgucken, wie es heißt, im Dienste des Sozialismus mit Songs wie Kosmoskost zur Konferenz in Rostock, es ist nicht so schlimm auf der Insel Krim und so, der böse Kapitalismus, also echt Funny Band, hört rein musikalisch richtig geil, also auch so eine Mischung aus ein bisschen Ska und Rockmusik, Popmusik und witzige Texte. Gut. IFA Wartburg. Tschüss. Tschüss. Ja, entwascht euch liebe Leute. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.